Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist Jin Yakuza mit der neuen Folge von God of War Ragnarök. Ja Leute, ich zeig euch erstmal was, jetzt habe ich herausgefunden wie es geht, und zwar, wir müssen einfach nur da durchgehen. Und dann bis dann oben klettern, sobald ihr oben klettert, zerstört ihr das, da ist dann Gegner, Schätze und danach der Frag, und hinten noch ein Ding, ein Schatz, dazu müsst ihr erstmal diesen Hügel nach oben ziehen, sonst könnt ihr nicht dann durchgehen, so wie es in den Schatz zu gehen, also, das wurde leider nicht aufgenommen, wie immer, aber zum Glück zeig ich es euch lieber, und ja, hier wird es losgehen. Okay, hier, hier, das hier, war nicht so schwer. Erdisch! Bruder, der Grimm sitzt da gerne oben! Komm schon, Kata, schau doch mit dir! Oh, Mann, äh... Fick dich doch einfach ins Knie, ey! Sorry, das musste aber sein. Oh, Mann. Okay, ja, ja. Okay, bitte! Sieh der Leere! Hinter dir, pass auf! Hinter dir, pass auf! Hinter dir, pass auf! Wahrscheinlich nicht geil! Geht's dir gut mit mir? Für die Schmiede von Svartalfheim war die Herstellung einer Waffe eine heilige Sache. Aber Odin wollte nur so viele Klingen, wie er kriegen konnte, und zwar so schnell wie möglich. Mit jeder gestohlenen Ressource und mittelmäßigen Klinge verloren die Zwerge ein Stück von sich selbst. Die Zwerge haben wegen dir überlebt. Da hast du nicht ganz uns. Odin hätte jeden einzelnen Zwerg in Svartalfheim ausgelöscht. Wenn er ihre Fähigkeiten nicht nutzen konnte, sollte es niemand. War nicht so schwer. Wo soll ich das denn bitte schon schaffen? Wie soll ich das denn bitte schon schaffen? Soll ich das bitte schon schaffen? Von hier unten kommen wir wohl nicht ran. Wie soll ich das denn machen? Habe ich da was vergessen da oben? Oh, verstehe. Ja. Ja, oder? Ja. 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 Ja? Welches Wissen? Hab ich da was vergessen? Habe ich da irgendwas vergessen? Habe ich da irgendwas vergessen? Na komisch. Leute, ich bin gleich wieder da. So Leute, ich bin wieder da. Ich zeig jetzt mal, wo der nächste Fakt ist, also was wir vergessen haben. Einmal nach unten, also wo ihr wart, hier, da, da direkt in der Ecke. Was für ein Tropfenweg. Ach so, jetzt weiter geht's. Ach, zum nächsten Arata, ja. Das können also nicht alle Zweige, was Brock und Sendri tun, ja? Ähm... Da haben wir alles, wa? Brockerslöcher. Da haben wir alles. Wir sind nicht zwischen den Welten bewegen und irgendwo auftauchen. Ja, das ist eine seltene Fähigkeit, die vermutlich von einer geheimnisvollen Zwergengilde bewahrt wird. Wahrscheinlich ist es das Beste. Dass die es können, reicht mir schon. Der K noch funktioniert? Riecht ihr den Rauch? Hier ist noch eine Bergbaumaschine. Du sprichst mit Scham über deine Taten. Bereust du, dass du Odin nicht erlaubt hast, sie zu töten? Das, Sir. Warte, geht hier. In den Zwergen, die Arbeit für Asgard nicht gefiel, wieso hörten sie nicht auf? Und dann was? Ihre neu gebauten Schmieden vergifteten den Boden Svartalfsein. Da sie keine eigene Nahrung anbauen konnten, mussten sie aus Asgard kaufen. Würden sie aufhören zu arbeiten, hätten sie nichts mehr zu essen. Oh, das ist schlau. Unschrecklich. Und jetzt? Ich gehe hier. Ja? Wow, ein Ekrasilsamen nach Muspelheim. Glaubst du, der führt zur Kampfarena, die wir vor Jahren besuchten? Warum sagst du das? Wunschdenken vielleicht. Suter Spießruten. Das war ein Spaß. Das war Training. Hattest du keinen Spaß? Tja, wie auch immer. Wir sollten die andere Hälfte des Samens suchen. Wenn wir wieder ganzes sehen, wie wohin er führt. Tja, Tja, Tja! Moment, ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Tja, Tja! Tja, Tja! Oh, Leider. Okay, das Video läuft noch. Ist schon gut. Wir haben uns am Körper so erst wieder hochsteigt. Wenn der hochblättert. Und? Scheiße. Es kommen immer mehr. Ein Bergsroh. Brühten Scheiße alle aus, als gäb's kein Morgen. Für sie wird es so sein. Zittert ihr Vater! Skoulver! Hinter dir! Hinter dir! Vorsicht! Hinter dir! Vorsicht! Hinter dir! Hinter dir! Vorsicht! Achtung! Rechte Seite! Kann schon... Torjatschens! 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 Ker, die sind! Gaulwag! Täter dir, Vater! Hat mich alles hier wissen und einmal ungedeckt. Was ist das? Vater, wie war das Training in Sparta? Gnadenlos. Das hat nicht so trainiert. Dachtest du, es wäre zufällig? Das ist getan. Wenn man so eine magere Aufgabe getan nennen kann. Bloß ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein der Besetzung durch Asgard. Du musst mit deinen Taten leben. Aber lass dich von ihnen nicht heimsuchen. Oh? Und warum nicht? Dir wurde ein unlösbares Problem gegeben. Mach dir keine Vorwürfe, es nicht gelöst zu haben. Die Zwerge würden das sicher ganz anders sehen. Das bringt nichts in Ordnung. Nein, aber es ist ein Anfang. Zur Erinnerung, die Svartalfame-Schlacke, die wir gesammelt haben, könnte in den Händen von Brock oder Sindri von großem Nutzen sein. Mal gucken, ob ich da was finden kann. Oh. 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 Da unten müsste irgendwas dabei rufen, das ist jetzt gar nichts. Ach, da, 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 ich sehe was. Gut, das war auch einst. Oh, come on. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, ich habe hier irgendwas aufschlussreiches wenn du dies lesen kannst geht zurück an die arbeit was ist das mit dir nicht manchmal du könntest einfach zurück deine vergangenheit neu schreiben andere entscheidungen treffen eine zeitreise macht mehr mühe als sie wert ist gutes argument das meinst du metaphorisch richtig nein natürlich nicht so so Oder... Wollte ich da was vergessen oder sowas? Habe ich da irgendwas vergessen? Nimm mit. 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 Wow. Gibt es noch etwas zu erkundigen? Ach, Mann. Da, die Fische kehren zurück. Oh, tatsächlich. Die Luft riecht viel sauberer. Wahrscheinlich wegen der stillgelegten Maschinen. Wir gehen zu Düdlin? Ich hoffe, er freut sich über die Maschinen. Was ist da? Weiter mit Thor und Odin Geschichten. Vergessen wir ihn jetzt nicht, den ersten Riesen. Odin zerstückelte ihn, um aus seinem Körper die Welten zu formen, und ließ sein Blut beinahe jeden Riesen ertränken. Was ist mit den Riesen von Jütenheim? Sie schienen alle tot zu sein, als wir endlich dort ankamen. Das bleibt ein Rätsel. Obwohl es durchaus wie der Traum der Asengötter klingt. Ah, aber jetzt genug davon. Maxilver? Mimir, was glaubst du, was es bedeutet, dass immer mehr Räuber als Heerläufer zurückkehren? Die Befreiung der Walkürenkönigin sollte doch die Welten ins Gleichgewicht bringen und das verhindern. Das ist eine gute Frage und eine beunruhende. Wenn Heerl sich wieder gefühlt hat, deutet das darauf hin, dass irgendetwas Sie Grudens Bemühungen behindert. Oder etwas noch dringenderes Sie ablenkt. Und von Besuchen abhält. Selbst von Gelegentlichen. Ja, tut mir leid mit mir. Das ist das Sicherheitsbüro? Tja, das Schild da oben, das einen den Kopf einschlagen kann, deutet zumindest darauf hin. Okay. Ihr wollt zur Tür leihen? Äh, habt ihr einen Termin? Äh, nein? Hatte hier jemals jemand einen Termin? Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrits Erweiterungsvorschlag an? Wir suchen angefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Hä? Ihren Kopf, hast du auch damit abgetrennt? Ja? Sie war meine Frau. Tinnert und ich haben uns gefragt, wo sie waren, nachdem unser Kuh hier fehlschlug. Fehlschlug? Ja, komm, komm. Fehlschlug. Fehl ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis. Ich fürchte, ich kann euch mit eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält. Und zwar hat Elfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Nimm das. Was ist das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transporters eines Kopfs. Zwei Tadel für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters. Und für das Versauen meines Tischs. Eine Strafe? Bezahlt, wann ihr wollt. Los aus meinem Büro. Hallo. Was genau an raus aus meinem Büro? Versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tina? Oh, äh, klar. Danke. Schätze ich. Okay. Wer dieser Kopf tropfte mit seinem Mutter den Boden vor? Ich muss doch sehr bitten. Oh, und er spricht sogar. Tinner, das musst du dir ansehen. Bekannt kommt er mir auch vor. Ich, äh, hab bloß ein Allerweltsgesicht. Und das ist wohl auch das Einzige, was du hast. Wir sollten gehen. Okay, oh, scheiße. Hey, das ist keine Strafe. Nicht jetzt. Vor uns sind Feinde. Achtung, linke Seite! Und das ist das? Ja, ich bin ich. Oh, nein. Wie kannst du das? Oh, nein! Oh, nein! Ja, ich bin es nicht. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Lekker dir! Geh! Hör auf! Skalva! Geht an die Schiff! Geh! Bezeugt! Geht an! Beeindruckend! Letzter Gegner! Jawohl. Nicht jeder benutzt Äxte und Pfeile zum Kämpfen. Okay, weiter geht's, komm. Oh, was hat das? Wow. Oh, was hat das? Oh, was hat das? Oh, was hat das... Fuck. That was... Okay. Ah, c'est encore nichts. Okay. 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 Das Ding könnte uns hoch auf den Berg bringen. Vielleicht finden wir dort oben eine Mine. Ja, war später. Ah, nichts, was nicht eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Wir fahren mit dem Zug auf den Berg, wenn du bereit bist. Er ist bereit, wenn ich bereit bin. Ja, natürlich. Ich habe es verstanden, Digga. Ich glaube, das ist teuer. Oder? Nein. Ja. 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 Klappt nicht. Komisch. Da ist jetzt nichts drin mehr. Okay, Leute. Da werde ich mir sagen. Ich mache jetzt einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like. Und da werde ich mir sagen. Oroba, tschau, bis dann. Euer Jinyakuza. Tschüss. Tschüss. Tschüss.